Hallo und willkommen zu einem kleinen Infovideo aus aktuellem Anlass und zwar... Raven Ridge ist endlich draußen und ich muss sagen, mich hat es überzeugt, zumindest von den Tests, die ich heute überflogen habe. Und ich fand es so spannend, dass, naja, ich es direkt gekauft habe. Den 2200G, weil ich finde die 10% Mehrperformance, vielleicht auch ein bisschen mehr, rechtfertigen nicht die 70% Aufpreis oder was man aktuell zahlt. Deswegen für 96 Euro aktuell noch einen super Preis. Und ich dachte mir, bevor irgendwer entdeckt, dass man damit mit dem Grafikpart auch ganz gut meinen kann für den Preis oder so. Wer weiß, habe ich gedacht, bestelle ich schon mal einen. Deswegen, es wird auf jeden Fall ein kleines Bauprojekt kommen. Wahrscheinlich auch mit meinem alten Speicher, das ist dann noch ein bisschen Prozentleistungseinbußen. Aber ich habe mal geguckt und dachte mir, ach, ein paar guten Speicher, so mit schnellen Speeds ab. Oh, und der erste, der in der Kompatibilitätsliste steht, dann gucken wir mal. Das sind auch nur, ja, 207 Euro für eine CPU, die 96 Euro gekostet hat. Und ich dachte mir so, nee, so dringend brauchst du dann die 500 MHz mehr Speichertakt auch nicht. Deshalb beschränke ich mich auf den Speicher mit 2666 wahrscheinlich, den ich schon habe. Alles weitere ist noch ein bisschen offen, da ich ab nächster Woche auch drei Wochen auf Lehrgang und damit erst mal weg bin, dauert das Ganze sowieso noch einen Monat. Aber ich dachte, ich mache mal ein spontanes Infovideo, damit wir auch schöne Sachen feiern können. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Aber wie dem auch sei, ich habe euch jetzt soweit informiert. Schauen wir uns nochmal die neuesten Kommentare an. Oh, ja, Heil Hitler, okay, gut, dass wir das gelesen haben. Soviel zum Infovideo also. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal weg ein paar Leute blockieren und melden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.